Sobald meine Männer in Sicherheit sein würden, würde ich Zeit haben, über alles nachzudenken und die Lage zu bewerten. Das redete ich mir jedenfalls ein. Damals habe ich meine eigenen Lügen nicht erkannt. Achtung, Achtung! Alle Truppen, die den Fluss noch nicht überquert haben, müssen den Rückzug mit allen Mitteln sichern. Lassen Sie niemanden auf die Brücke, reichen Sie die Brücke! The cathedral is surrounded. Lower your weapon! You cannot win this fight! Für Deutschland! Wir sind hier und Deutschland zu verweilen! Verflucht! Sind Sie verrückt? Peter, schnell! Zurück in den Panzer! Ruhe! Alle! In Bewegung bleiben oder Deckung suchen! Irgendwelche Beziele, Kommandant? Ziel bewegt sich noch! Dein Zeigler, Kommandant? Ja! Sie haben einen Kugelstab! Da sind noch mehr! Durchhalten! Er kann wieder los! Was soll das werden, Kerl? Tut mir leid! Peter! Wir sind in der Unterzahl! Wir können nicht gewinnen! Halt's Maul, Verräter! Wir dürfen uns nicht ergeben! Wir müssen kämpfen! Schuss! Tier getrunken! Der Schuss fortsetzen! Das Klinik ist erledigt! Da sind noch mehr! Durchhalten! Hilfe! Körme, Panzer! Pfeffer! Aber die Panzerung hat gehalten! Wo kann das denn her? Der macht keinen Mucks mehr! So schnell es geht! Nur noch eine Sekunde! Ziel getrunken! Der Schuss ist abgeprallt! Feindliche Panzer näher an sich! Feindliche Panzer näher an sich! Das Ziel ist erledigt! Das Ziel ist erledigt! Peter! Wenn die so weitermachen, haben wir ein Problem! Deckung! Schnee! Unter der Lenkung fällt gleich aus! Wir müssen irgendwas tun! Der macht keinen Mucks mehr! Der Eilung, Kat! Komm schon, Stetan! Reiß dich zusammen! Bestätigter Treffer! Bestätigter Treffer! Bestätigter Treffer! Wie geht's, Stefan? Stefan, geht gut! Alle Stationen überprüfen und reparieren! Schnell! Die werden sicher nochmal angreifen! Alle waren auf ihre Positionen! Amerikanische Atelier! Wir haben uns parkiert in Deckung! Schnell! Machen wir ein bisschen Boden gut! Zurück zur Versorgungsstation an der Brücke! Verdammt! Nein! 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 Verlässchen! Die Lenkung hat was abgeklankt! Scheiße! Die Panzer rutscht! Wir nehmen Stefan auseinander! Wir haben uns markiert in Deckung, schnell! Wir können sie nicht aufhalten! Rückzug! Runter von der Brücke! Runter von der Brücke! Runter von der Brücke! gesprengt. Die wollen uns hier verrecken lassen. Das weißt du nicht, Kerz. Komm, wir müssen jetzt... Was? Stärke zeigen. Ach Gott. Zieh dich doch um, Peter. Gott, steh uns bei. Alles, woran wir geglaubt haben. Alles, was wir dafür getan haben. Es ist vorbei. Nein, Kerz. Komm, tu das nicht, Kerz. Peter, es ist vorbei. Wer war ein Verräter? Kerz! Kerz! Ich weiß, er war ihr Freund. Aber er ist desertiert. Gemeinsam sind wir stärker, richtig? Die Schwachen überleben mich. Es waren auch ihre Worte, oder? Nein, sie ist... War das nicht so? Just give up, dammit! Wir haben wieder mal nicht geglaubt! Sie sind Geht zurück in den Panzerschrein! Geht zurück in den Panzerschrein! Nein! Oh, hey, hey! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020